Willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Im heutigen Video geht es um den allerersten Spieltag der Saison 2021-2022. Der Spielplan der Bundesliga-Saison 2021-2022 wurde eben bekannt gegeben vom DFB und DFL und darunter sind meiner Meinung nach sehr interessante, sehr, sehr interessante Begegnungen dabei. Fangen wir an mit dem Eröffnungsspiel der Bundesliga. Das Eröffnungsspiel wird wie immer an einem Freitag gespielt und wird ausgetragen zwischen den amtierenden deutschen Meistern und einer zufällig ausgelosteten Mannschaft. Dieses Jahr ist es der VfL 1900 Borussia Mönchengladbach gegen den amtierenden deutschen Meister, den FC Bayern München. Das Spiel beginnt Freitag, den 13. August 2021 und Anstoßzeit ist 20.30 Uhr im Borussia-Park. Für die anderen Spiele gibt es kein genaues Datum, aber die Spiele beginnen entweder an einem Samstag oder an einem Sonntag. Also zwischen den 14. August und den 15. August 2021. Ich zähle einfach alle Spiele des ersten Spieltages mal auf. Beginnen wir mit Arminia Bielefeld gegen SC Freiburg, VfB Stuttgart gegen Aufsteiger Spielvereinigung Fürth, der 1. FC Köln spielt gegen Hertha BSC, Borussia Dortmund gegen Eintracht Frankfurt, der VfL Wolfsburg gegen Aufsteiger VfL Bochum, der 1. FSV Mainz 05 gegen RB Leipzig, der 1. FC Union Berlin gegen Bayer 04 Leverkusen und zu guter Letzt Augsburg gegen die TSG 1899 Hoffenheim. Das waren alle Partien des ersten Spieltages der ersten Fußball-Bundesliga-Saison 2021-2022 und schreibt mal gerne in die Kommentare, auf welche Begegnung ihr euch am meisten freut. So, kommen wir zum ersten Spieltag, der 2. Fußball-Bundesliga und darauf bin ich mega gehypt, wenn ich das Spiel jetzt schon sehe. Das Eröffnungsspiel, das wie immer an einem Freitag ist, 20.30 Uhr, ist einfach zwischen den FC Schalk 04 und den Hamburger Sportverein und darauf bin ich mega gehypt, mega gespannt und ich werde mir das Spiel am 23. Juli zu 99,99999% anschauen. Digga, ich bin sowas von gehypt. Bis auf einige Schalke und HSV-Fans, die jetzt darauf jetzt keinen Bock haben, wieder 2. Liga zu spielen oder jetzt ab sofort 2. Liga zu spielen, eher nicht, aber für alle Fußball-Romantiker geil. Auch unter den Samstag- und Sonntag-Partien gibt es einige geile Banger. Ich zähle einfach mal alle Spiele des zweiten Spieltages mal auf und ihr könnt gerne mal entscheiden, welches Spiel ihr euch am liebsten anschauen wollt. Das erste Spiel, Hansa Rostock gegen den KSC, Werder Bremen gegen Hannover 96, St. Pauli gegen Holstein Kiel, Dynamo Dresden gegen den FC Ingolstadt, der 1. FC Nürnberg gegen Erzgebirge Aue, der SV Darmstadt 98 gegen den SSV Jahn Regensburg, der SV Sandhausen gegen Fortuna Düsseldorf und das letzte Spiel ist der 1. FC Heidenheim gegen den SC Paderborn 07. So, das waren alle Bundesliga-Spiele des ersten Spieltages und auf welches seid ihr am meisten gespannt. Ich persönlich auf Dortmund gegen Frankfurt, Wolfsburg-Bochum, Schalke-HSV, Bremen-Hannover und auch Hansa Rostock gegen den KSC. So, das war's mit dem Video. Danke für eure Aufmerksamkeit. Folgt mir gerne auf Instagram, da mache ich aktiv Fußball-Content. Das letzte Video ging darum, wie San Marino die WM 2034 gewinnen kann. Das wäre mega, wenn ihr mal reinschauen könntet. So, das war's mit dem Video. Bis zum nächsten Mal und ciao. Ciao.